Dio Leute Willkommen zum weiteren Video und zwar diesmal wieder ein Anime Quiz ja das macht mir gerade richtig Spaß deswegen mache ich das einfach mal ja diesmal ist es ähm muss gleich schauen who is your anime body wer ist mein bester Freund das werden wir gleich erfahren und zwar First question don't hurt me what's your favorite color also die Lieblingsfarbe Blau war mal gelb nee 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 rot war auch mal so blau rot das waren meine Lieblingsfarben nee schwarz will ich nicht ähm nee pink nein Regenbogen nein weiß nein grad zumindest nicht äh grey nein grün yes ich bin eher der Typ der grün trägt sieht man auch in meiner Cap grün ist zurzeit meine Lieblingsfarbe das kannst du auch jederzeit ändern wir beginnen wir mal mit grün m Loha wird die Liste kleiner ok das mache ich wartet kurz die nach unten so m next question m what type of personality do you consider yourself as ach was für eine Persönlichkeit habe ich denn m also mutig misterio misteriös und ich beschütze einfach nie einen Rebellen hast du heilige äh m m meine Persönlichkeit ich bin eigentlich eher ich bin eigentlich eher hier Troublemaker ich mache ja Probleme und ich bin faul das check ich nicht Sehen, wie soll die intelligent sein? Lachen sollen die? Ähm, Mysteriös Kämpfer Oh mein Gott Wie sollen denn meine Freunde denn sein? Ja mein Freund Wird er jetzt bester Freund oder wird er jetzt die Freundin angesprochen? Äh, ich würd sagen Äh Äh Es ist in der unterzwischen So cute Und sweet Ist doch eigentlich Ich würd sagen Äh Äh Äh, ich steh grad aufm Schlauch Ähm Gerade um überlegen Wie viele Minuten haben wir denn? Ich glaub das sind schon eine halbe Stunde 4 Minuten Geil bei der dritten Frage Nice Ich würd sagen Dämonen Dämonen und Gronzer Waffen Ach deshalb Ähm Dämonen Dämonen Ich weiß nicht wie man die ausspricht Äh Dämonen und Monstern So Ja, wird halt noch kleiner Äh Warten kurz Schieb ich mal So Ähm If you were to face a bad guy who about you what would you do? Also wenn mich jemand verletzen will Werd ich Es kommt drauf an Wer die Person ist Also ich kann auch nur rumziehen und nichts tun Ich kann aber auch zurückschlagen Es kommt immer auf die Situation an Ähm Wegrennen Ne Hier So If you saw someone picking on another what would you do? Beat the hell out of the guy ja klar Nee Eh Well make the guy stop it will make me look way cooler That's why I'm so cruel I don't like that at all I will help the poor soul out because no one should be treated like that You have such a good help Doesn't concern me Nope No way that guy can really hurt me and runs away Okay Any other sacrifices Ähm Also zusammenschlagen Ne Würde ich jetzt glaube ich nicht machen Zumindest nicht in der jetzigen Verfassung Ähm Würde ich helfen Würde ich helfen Würde ich helfen Würde ich das da machen So Ähm What the third genre Oh hey das kannst du mich jetzt nicht ernsthaft fragen oder? Horror High five Comedy Action Äh ich mag alle Alle vier mag ich ja Also Horror mag ich denke ich am meisten Comedy ist halt immer lustig Also ich lach auch meistens schaue ich auch Animes nachts so an Auf meinem Handy im Bett und dann habe ich halt hier wartet mal Wo ich Guck mal Handy Ah da Muss kurz zeigen Und zwar Hab hier so So Und da stelle ich halt immer mein Handy drauf und dann fällt es halt eine Stunde und dann muss ich es nicht halten und dann kann ich halt quasi wie so ein Mini Fernseher So So Tada Das ist mein Handy Hopp Ich gucke mir die Nachricht an Tada Und mein Handy steht quasi Und das ist ganz nice Ähm Und da muss ich auch meistens lachen also zum Beispiel in den Anime den ich zurzeit schaue Action Jaaaa Also da darf jetzt nicht so langweilig sein Müsst du Boah da das Licht recht von mir das langweilt mich langsam Boah Mystery Ja Mag ich auch Aber ich würd sagen am meisten mag ich Ich würd nicht sagen Splatter Ja Aber Splatter da nicht dabei Ähhh Nein So Also ich würd sagen ich nehme Horror So Who Äh What Anime Character would you preferly want as a friend Friend Äh Als ein Freund Ja jetzt muss man wieder denken Hm Ist Freund wieder äh hier zum Daten oder halt wieder nur zum Abhängen ja kommt halt wieder auf die Situation drauf an Dann Äh es ist schlimm beide also ich denke mit einem typen kann man besser abhängen als mit einem mädchen jungs haben meistens die selben interessen und deshalb friend freund ich glaube ich würde mich mit einem typ mehr verstehen so will you follow me please wohin denn wohin sollt ich folgen hell yeah i don't know maybe hey sollen daran ist eine frage sein wirst du mir folgen wahl annau nur in die nur ein Prozent in hängen und nicht hat in einem nicht gar nicht geschaut werden mein bester freund ist holen aus so liefern Ja, kenne ich es sogar noch. Your best friend is soul eater events. Wartet, mal ein bisschen größer. Chok, chok. Besser? Ja, einiges. Your best friend is soul eater events. Soul is all about appearance. He will do a lot to make his status grow, but he is protective of others, especially to marker his master. He trusts her to make him into a death's guide, and he trusts her because he is a friend. The both of you like to look cool and are not afraid of a fight. Often you two would prank others, like telling marker goes through, which of course only ended in a marker job. Sometimes one of you would somehow end up being under player and also led to a marker job that two of you are inspirable. Ja, der passt zu mir. Ja, 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 super. Perfekt. Okay, ich würde mal sagen, das war es auch, das sind wieder zwölf Minuten, obwohl wir nicht viel gemacht haben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich nehme das jetzt alles an einem Stück auf, damit ich später keine Probleme habe, dass ich irgendwie keine Videos habe. Da kommt irgendwie gar nichts zu dir so, oh, wo kommt das nächste Video? werde ich dann von allen Seiten angeschrieben und ich so, ich habe keins. Nein, 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 nein. Okay, also ich werde jetzt noch eine Folge aufnehmen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Snowball.